Hallo, ich bin Jana von Greenpeace und in dem heutigen Türchen möchte ich euch zeigen, wie man ganz einfach eine kleine Geschenkidee selber basteln kann, und zwar aus Tetra Packs. Tetra Packs kann man ganz wunderbar upcyclen und kann da zum Beispiel so ein kleines Federmäppchen draus machen, wo man dann Geld zum Beispiel drin aufbewahren kann. Dazu nehmt ihr euch einen Tetra Pack. Der kann mit dem Verschluss in der Mitte sein, aber der Verschluss kann auch an der Seite sein, dann schneidet man ihn einfach raus. In dem Falle wird das ein kleines Mäppchen mit so einem Verschluss. Und da könnt ihr dann alles sicher drin aufbewahren. Als erstes müsst ihr natürlich den Karton leeren, ausspülen, trocknen lassen. Dann öffnet ihr die Seiten, drückt ihn platt, dann braucht ihr eine Schere, schneidet den Boden ab. Dadurch, dass wir hier oben die Öffnung als Verschluss haben wollen, lassen wir den stehen und schneiden hier oben drüber ab. So, nun sieht euer Tetra Pack so aus. Als nächstes müssen wir den Karton falten, und zwar in drei gleich große Teile. Obacht, die Öffnung wollen wir ja an einer bestimmten Stelle haben, das heißt, wir müssen den Karton drehen und schauen, hier oben, das wird dann die Lasche. Bunt müssen wir den Karton noch schön falten, dass die Kanten möglichst flach sind. Dazu könnt ihr euch zur Hilfe den Griff von einer Schere nehmen. So, wenn ihr den Karton gefaltet habt, müsst ihr die Lasche noch zuschneiden. Dazu könnt ihr euch einen Stift zur Hilfe nehmen und anzeichnen, wo ihr schneiden wollt. Aber obacht, nicht die gesamte obere Lasche abschneiden, sondern nur den vorderen Teil. Nun sieht euer Mäppchen schon so aus. So, nun brauchen wir ja noch hier oben für den Deckel noch eine Öffnung. Dann legen wir uns den Deckel so hin und dann füllt man hier oben die Öffnung von unten, den Pflasterring, und zeichnet ihn sich einfach ab, um ihn anschließend auszuschneiden. Um das Loch auszuschneiden, könnt ihr eine Schere nehmen, im Idealfall eine kleine Nagelschere oder auch ein Cuttermesser, wenn ihr habt. Also, dann machen wir einfach ab, um ihn auf den Rumpf zu lassen und dann seitdem ihr euch vor vidéos. Also, ich mache jetzt noch ein paar Schere nehmen, dann sehr, 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 sehr und sehr. Und das ist einfach so aus den Rumpf zu lassen. ich würd' ich euch an den Rumpf zu lassen. bei der Koffers, die Lumpf zu lassen. Also, jetzt mach ich mich, officers euch vor, Wenn ihr das Loch geschnitten habt, überprüft ihr, ob es über die Pflasteröffnung passt und in dem Fall ist es leider ein zu kleiner Deckel, aber ob eben der Deckel passt als Verschluss. So, aber damit der Karton sich nicht wieder auffaltet, nehmt ihr einen Tacker und tackert die beiden innenliegenden Wände aneinander. Und nun habt ihr zwei Fächer. Dann könnt ihr es zuklappen und fertig ist es. Und wenn euch das Outfit noch nicht ganz gefällt, könnt ihr es auch noch weiterhin bekleben oder zum Beispiel auch hier die Ecken noch ein bisschen abrunden oder eine andere Form reinschneiden. Ebenso wie ihr das gerne mögt. Und fertig ist euer kleines Federmäppchen, auch zum Verschenken. Und wenn ihr noch andere Verpackungsabfälle habt, zum Beispiel von euren Lieblingssüßigkeiten, diese etwas dickere Folie, dann könnt ihr daraus auch ein schönes kleines Mäppchen nähen. Dazu braucht ihr allerdings eine Nähmaschine und noch etwas Stoff, der dann in die Innenseite hinein genäht wird und einen kleinen Reißbeschluss. Eine Anleitung, wie man das basteln kann, verlinken wir euch. Das war рядом. Ausfluss sacrific zum Honey-Stre:「 hauptsamic明白demon hartge .... sorcererregimeuufte D common. Geht diese Sachen einfach einfach nicht zackern. Und das dreig vorhört mir ist auch ein bisschen zu leben. heute und die DüfteOP-Faaren geht bookst…